Ich zähle bis 5 und dann starten! Hallo und herzlich willkommen! Ich begrüße Sie heute aus dem begehbaren Kleiderschrank des Apartments 202... Au! Da kann ich weh! Nochmal! Ich kann nicht, wenn mir so viele Leute zücken! Ich bin so, okay, ich geh ins Bett. Was? Sie sind schon wie er schuld! Ja. Können wir jetzt weitermachen? Das Badezimmer des Apartments Nummer 1. Was soll denn hier die Sauna sein? Ist das schon Licht da? Ja, gut. Einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen! Ich begrüße Sie heute aus dem Ostseebad Binz und wir befinden uns in der Villa Ars Vivendi in der Wohnung 2. Und die ist heute sie... Ups! Scheiße! Oh, Freien, ey! Was ist denn das für ein Grütztag heute? Weil ich ja noch nicht fressen hier! Ja! Oh, scheiße! Also heute ist es echt... Azubi! Mehr, also das ist ja Kartoffel, also schlechter als Kartoffel geh ich ja gar nicht! Verfaulte Kartoffel haben wir heute. Noch mal? Ich hoffe, ich warte, dass Sie da sind.